So und damit... Hallo Leute, was geht ab? Plötzlich kommt es eigentlich noch dran. Wo ist der Not? Dead Island 2. Schön, dass ihr hier mit dabei seid und Bock habt. Ich muss gerade überlegen, wo ich bin. Achso, stimmt, ich bin in der Ausstundsabendio. Ja, wir haben ja im letzten Video die Nähmission in dem Channel 24. Tower gemacht oder TV News gemacht, in der wir also zwei Frauen gerettet haben. Genau. Und eigentlich sind wir auf der Suche nach dem Lager von Dr. Reed. Warte, ich muss auch die Wumann sagen. Was, 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 was. Ähm, sondern in seinem Labor. Gut, scheiße, ich kann die verkaufen. Ja, gut, das war mal. Ja, ähm, dann sind wir auf die Nähmission gestoßen. Und wie war das denn? Ich hatte irgendwo ein Bild. Suche nach der Wahrheit, ja. Ruhestürung unter Alkoholafuss. Hm. Okay, ich mach nur erst die, ich mach. Würde ich jetzt mal so sagen. Stimmt, genau, da muss ich in Venice Beach an. Wer weiß, die Nähmung zu machen. Aber, so, Questo. Verknüpft. Wie sieht man das Foto aus? Genau. Boah, ich geh den mal rein. Ich hab den Channel 24 Wagen. News 24. 24 News, haben wir auch so. Ja. Gibt es irgendwie ein... Gibt... Äh, ja, toll. Guck mal, gibt es sogar zwei Suchmeldungen. killed before. Bud press. Sterling Hotel. Schnelle heiserkarte, okay. Mein Gott. Ja, dann, äh, δולämmr mal gucken, wo der Scheißweiser sich befindet. ich kann ja mich treffen alter brenn doch kommst du kröten die sich jetzt her getreten fahr ich hier schon mal? ich weiß es nicht beruflich beruflich der ding ist irgendwie runterfügt, ich komme irgendwie hoch ich kann ja nicht weiter wo komme ich dann weiter? blr, ich komme noch nach blr ja ok alles klärchen ist mir jetzt aber egal wo soll das sein? wo soll das sein? wo soll das sein? wo soll das sein? ach so zerwein jetzt hier das tor auf ja jetzt war das schon mal auf der tor hier? ja wow super toll da bin ich ja wieder in dem laden ich war der channel 24 wagen aber hier ist nicht so ein tor und das war wieder das news 24 gebäude ja 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 Ja, das war so gut. Hier sind wir. Tisha, ich bin außerhalb der Rangei. Ich denke, das Lab ist in der Base 7. Kannst du es öffnen? Ja, das kann. Also, das Lab ist in der Base. Ich bin auf meine Weg. Danke, ich bin hier. Tschüss, ich bin hier. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bok-Standard-Walking-Committe? Alter, warum sind die so stark? Willst du mich komplett verarschen? Ich bin hier. Ich werde auch da entgegenwerfen können, aber. Das wird ja alle viel schneller gewöhnt. Toll. Kann sie ja so ein Scheißschuss erfinden. Hallo? Hallo? Juti. Wenn die scharbe sind. Von der sich die Scheißschuss. Sie sind Players zu betrachten. Okay, das ist alles für den tiefen. Kacke, ich wollte den Plunder noch verkaufen. Alter, was ist denn hier los? B-A-N-S-I-N-S. Enjoy! Okay, ich werde hier schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich kann auch mal ein Keter, was ist hier. Okay, aber da gibt es auch noch jemand. Whatever they were trying, it killed him. Wait, I stuck my arm in one of these to the CDC. No more fucking about. How do I turn all this shit on? Wahrscheinlich mit Strom, würde ich sagen. Okay. Well, this all looks splendidly sinister. Not Blackhander. Waste of fucking time. Only one person I need to talk to. Doc Rubes. He's my only... Oh. You must be Noah. Nah, gruff. I don't need a pet. You have to stay here. Don't give me those puppy dog eyes. Uh oh. Wait. I am not taking you home. Upsie. Digger, wie willst du denn jetzt? Eierissionen. Eier intelligence. Kannst du jetzt doch nicht. Aber coole Mucke wieder. Wow, vollkommen. Digger, wie willst du denn jetzt? Oh shit. Do you want to talk to? I don't know. You need to close everyone. I don't even know if I win. Oh, fuck. frosty, I'm not really. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das denn jetzt für ein Ninja-Move von ihm? Was war das denn? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020